Okay, es geht weiter! Und Musti, komm weiter! Ja, wir müssen den Part ein bisschen vorbefinden, aber es war ja nicht so schlimm, ich hab ja nichts verpasst. Wir sind im Barrettiv hier. Glaubst du, wir schaffen das noch, bevor du weg gehst? Um das zu schaffen? Alles! Nein, Welt 4 und... Ich fühle mich locker. Hallo, ich will doch vielleicht um halb gehen. Und vielleicht um halb? Ja. Kann es sein, dass du ein bisschen länger bleibst? Weiß ich. Wenn das gerade so spannend ist? Sehen wir, sehen wir. Ja, okay. Du hast aber nicht gesagt, dass ich das bin. Kann ich auch heute sagen. Hä? Sie hat mich da gefragt. Ach so. Aber ich kann ja sagen, wenn sie... Nein, 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 ich hab' gedacht, du schimpfst dich, du... Ach so, nein! Du schimpfst mich, wewig! Du schimpfst nicht! Und was, wenn? Nein, was schimpfst? Wer die letzten Pommes gegeben? Hä? Hä? Wer? Wer die Pommes gegeben hat? Wer die Pommes gegeben hat? Ich hab' mir vor, Pommes so gesagt, gib mir später den. Ich hab' ich... Ich hab' mich jetzt daran. Egal. Ach ja, kann ich ja immer noch machen, wenn du willst. Brauch's nicht, brauch's nicht. Brauch's nicht. Hätt' ich ja auch nicht. Ihr! Pro-Game-Eskills! Ey! Ey! Messerkopf! Ey! Ja, Mikrofon husten! Ey! Highlight des Tages! Ey! Mann, ey! Also, das ist Part 896. Irgendwas. Okay, Kohlen Träger muss ich auch noch mal morgen aufnehmen. Das Spiel macht echt süchtig. Ach so, warte mal. Da kann ich auch hin, aber da gibt's mir ne Kiste. Ah! Bombenteil. Hier bin ich gestorben. Hab' ich noch weiß. Oder nein, das hab' ich jetzt auch noch nicht. Ich hab' auch nicht gedacht, dass du bei so einer lechten Stelle irgendwie auf der Stelle... Ja, da waren mehrere Bomben, deshalb. Ach so. Also, nach Wasser nach, ja. Okay. Hey! Hier kommt noch Gin, oder? Ja. Also, deswegen denke ich mal, dass wir in so zwei Pads das lange braucht, also... Wie denkst du von dir? Ja. Weil du gesagt hast, ja, das ist... Ich dachte, der Bastard ist besiegt. Warum kommt er wieder? Mach mal, mach mal, mach mal. Keine Hobbies, der Bastard. Aber ich denke schon, dass er hat etwas dauern. Hä? Ich glaube, das wird schon etwas dauern. Ey, wenn ihr jetzt richtig einteilen habt, könnt ihr genau jeden Part von 20 Minuten schaffen. Ich kann... Ich weiß genau auf die Uhr. Um 30.05 Uhr mach' ich sowieso Cut. Was war das? Guck mal. Und jetzt, tschüss. Also, du kannst mal versuchen, bitte. Ich will mal sehen, ob das klappt. Ob das klappt. So, stand wirklich? Das geht nicht. Ich versuch' mal bitte, bitte, bitte. Scheiße! Wenn das geklappt hätte, hätte ich mich so gefreut. Ja, schön. Man darf ja träumen. Man darf ja träumen. Man darf ja träumen. Ja, träume sind schön. Ja, träume sind schön. Oh, 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 Ballon. Hä? Abwarte mal. Ich soll wohl ganz wissen. Geilo. Sie sind von hochgenommen. Ich weiß. Das ist Geheimweg, oder? Hä? Geheimweg? Ich weiß nicht. Sieht so ein bisschen aus. Die Musik ist auch noch richtig spannend. Aufbauend. Ähm. Sie verstorben nicht, dass ich gestattet bin, ne? Ich weiß. Verdammt. 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 Truhe. Okay, da hast du immer eine Truhe, Leute. Das ist der normale Weg. Aber nein, nein, nein. Ja, das ist der normale Weg, glaube ich. Wenn du jetzt gerade gehst, ist der normale Weg. Hopf ich mal. Ach, hier bist du gestorben. Nein, nein, nicht hier. Ist doch noch da nicht. Guck doch. Okay. Später. Oh, ich bin schon irgendwie vorbei gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Oh, dann ist das gut. Oh, dann ist das gut. Okay, das war frei. Nein. Ach, wenn Leute reinkommen, mach enter, okay? Also wenn. Ich hab's mir gefallen. Aber jetzt weißt du ja, warum immer ich... Ah, das war... Okay, das war der andere Weg. Aber jetzt verstehst du auch, warum ich jedes Mal Probleme habe aber aufnehmen. Ich weiß. Schau mal vor, du hattest es jetzt gemacht. Du hattest ja über deine Ruhe, weil du ja nicht so viele Geschwister hast. Danke auch. Ja, aber die werden ja jedes Mal ankloppen. Nö, ich will nicht. Wirklich nicht? Nö. Aber wenn du es ihnen sagst, würden sie das kapieren. Meine Geschwisterin merkt sie ja. Ich komm einfach rein, wann die es wollen. Das weiß ich. Was? Ich hasse diesen Typen. Ganzes zu Glück sei diesmal alleine. So. Ah, ich muss mich noch aufspannen für Jin. Okay, du hast ja noch gelegen. Hier ist es eigentlich tot. Komm, vielleicht noch mal. Schön auf alles. Könnt's sein. Was zur Hölle? Von hoch genommen. Warte, jetzt muss es zur Seite. Eigentlich weiß es egal. Okay. Anami gefunden. Ja, ja, ja. Okay. Okay, nein. Ich wollte erstmal nicht die Spitzeiten setzen, aber lieber nicht. Nein, nein. Kommt ihr Jin? Nein. Falkenauge? Nein. Nein. Also was passiert dann? Jetzt kämen wir aber nicht was bekommen. Also ich kämpfe mal den ganz kurz um die Zähne. Ach so. Scheiße, ich hab den gern gesehen. Nein. Das wär's ja noch. Oh, oh, oh. Na ja, das hast du. Ach so. Ach. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Also ich hab's geahnt. Hey, du kannst das nicht nehmen. Ach so, ich dachte, das ist irgendwie verpasst. Aber hier, äh, hätte man eine Gruppe kurz Szene gesehen mit, äh, mit Zorro. Ja, du kurz so, zack, ähm, hier, was weiß ich auch immer. Ganz kurz Szene. Warte, vielleicht kommt auch Zorro gleich. Kommt nichts. Also, er war so eine gute Hilfe, weißt du was? Kommt er nicht hier? Äh. Wieso? Ich glaub nicht, aber sehen wir mal mit. Wenn er kommt, soll ich dann zurückgehen und extra machen dann? Nein, 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 lieber nicht. Ach so, nein, dann mit Zorro, um das, um das, um das, um das, um die Zeit zu schmacken. Ähm, so war stimmt. Stimmt, stimmt. Okay, also Leute, wenn ihr Zorro habt ihr, oder wen ihr Zorro irgendwo gefunden habt, geht mit ihnen zu Falkenauge, es kommt eine kleine Sequenz mit ihm. So. Oh, das glaub ich will gestorben und das mache ich noch gar nicht mehr. Aah, ich bin nervig viendo. Ah, ich bin nervenvoll. Okay, Ballon-Time. Heute muss ich singen bei Musik. Ja? Ja, heute war heftig. ich aber zum Glück macht ja YouTube Videos deswegen bin ich gewöhnt in die unter Nervosität zu ihm wie zu machen so war dann gleich heute okay ich habe irgendwie Angst dass du runterfällst warte deine Leben sind die eigentlich wieder da mein Leben nein du hast ja nur Leben gehabt sind die wieder da oder als auch ausmeldet so die gut so kommentieren so Elton das ist der alte das ist um das Alten Putz ist das Schatz ich werde es beschützen selbst wenn es nicht kosten mein Leben kostet ich habe alles eine Probe genommen und ein Traum in Städten er seine Stärke er hat er wird er wird nichts mehr verlieren das ist das letzte was ich Ihnen tun kann hier ich habe einen englischen Experten übersetzt äh äh oder ein schlechter hat jemand anderen übersetzt jetzt ist es schwierig ach so es ist egal das ist sowieso eingekackt die nennen mich den kaltherzigen Teufelsmann Du wirst hier sterben mit Unterwäsche übertreib wie der abzieht und du wolltest ihn noch schnell besiegen ist klar ja mach mir gar schnell ist das die Taktik sag jetzt nicht das ist die nein ich dachte schon und so ich habe mir echt gekämpft hast du mal Zorro mit ihm gekämpft oder wie jetzt ja Zorro ist ja nicht richtig gut hier wir haben hier Zorro nicht gefunden weißt du es nicht ich hoffe wir haben gleich die Aufmerksamkeit ich habe Glück gehabt hatte ja fast gleich viel ich habe ihn noch nicht mehr ernst gemacht wer er ja was ich dann ernst macht er macht dann diese Dinge die kaputt ach ja stimmt ja jetzt fängt es an es kann sein dass er hat hier nichts scheiße voll die Kacke ist das ey man das ist voll die scheiße Stammwatter musst du machen oder er kommt und bäh oha ok ok das ist effektiv und so oha das ist spannend pur hier übertreib verdammt oh g so eine scheiße hätte ich nur Zorro ehrlich das wäre richtig sprotterhaft egal diesmal gewinne ich ok du hast jetzt eingeübt deswegen geht es schnell ok und das immer noch hart Leute also das ist nicht seine Schuld dass er verliert das liegt an dem Spiel ok so ja hab du bisher kein Leben verloren gut so warte passen sich eigentlich passen sich eigentlich dein Leben mit den Gegner an also wenn jetzt wenig Leben hätte was wäre passiert wenn er auch da hätte auch wenig Leben oder nein also wenn man Lebensanzeige nicht erhöht wurde hat er trotzdem so mehr Leben als ich genauso viel wie jetzt ja ok du könntest die Stampfattacke einsetzen oh fick dich doch was schaffen wir haben dort noch insgesamt 13 Minuten wenn man das so jetzt bedecken würde in 13 Minuten würde es das schaffen komm 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 so eine scheiße ich glaube wenn du jetzt bis 12 Uhr bleiben würdest verrat mal was wir schaffen würden nehm wir mal ist nicht alles durch nein Weltfilm hätten hier vielleicht komplett gemacht hättest du noch morgen einmal kommen müssen oder mehr oder einmal oder ein paar Mal mehr um professionellten zu spielen niemals wirklich nicht mehr ja nein nein junge scheiße ich dachte ich kann nicht irgendwie überzeugt ein Bug würde ich jetzt sagen so ein Männer Bug hast du mal letzte Leben ich hab doch gesagt du hast nicht mehr alle Leben Bandai Mama statt Mama Enter Mama noch mal Baratheel so eine Kacke so ein ganzer Russian okay wartet Mama F3 also noch ein bisschen mal F3 F3 also okay weiter wir haben etwas vorgespielt wie wir jetzt hier sehen ist okay komm jetzt müsst ihr aufpassen jetzt kein Lust mehr ich lasse nicht mal die Chance dazu okay du lässt ihn trotzdem die Chance und jetzt gib ihn und so verdammt wir hat die Stampfattacke etwas gebracht oder komm 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 ja komm BAMS geschafft Leute ihnen sind Partner jetzt müsst ihr Don Creek auch noch in diesem Part bekommen und danach können wir diesen fünften das ist gerade der vierte Part oder hier wir sind gerade bei vierten Part und sind so weit gekommen auch bei Hartmann hierher alle Monee weil die könnte ich wirklich im Speer gebrochen was wie möglich das wäre Scheiße ja wie sie steht eigentlich die Watteslammendorf ich werde eine neue Flotte einherstellen und der König der Piraten werden niemals ich bin ich bin derjenige der der König der Piraten werden wird unterschätzt mich äh unterschätzt mich klar ich mache das hier zu deinem Grab hey ach ja er kommt seiner Feuerwerkskerzen an du kannst dich bücken ey der ist behinderter Boss wie lange musst du denn gehen bis du ihn trippst Junge ein bisschen ok so hier hier ist er doch ok wie lange musst du kämpfen bis er sich irgendwie bewegt oder so gib ihn gib ihn in den Bauch gib ihn gib ihn noch einmal zeig ihm den Tinniver Style was hast du noch nie gegen mich gespielt doch ach ja jetzt ich werde nicht hier sterben äh wer denkst du denn dass er hier sterben wird nicht ich oder nicht du oder was egal gib ihn du hast fast gleich mit ihm das war knapp äh ja das war man hat sich schon geahnt dass es so werden wird ja ist klar außer man holt es irgendwelche komischen Waffen raus Startpartak oder ich schwamm jetzt alles auf ich schwamm jetzt auf die Sperrattacke brauchst du ja nicht so sehr wie du gedacht hast oder das oh scheiße was für eine Kacke das war eine scheiße komm in diesen Part müssen wir diesen Kampf dann auch noch schaffen danach kommt welches denn ein Arlong oh Arlong ja ich weiß was was jetzt ach jetzt kennt ihr jedes mal warum sind dann der haare ist lila das ist ein bug das ist ein bug oder okay doch nicht wieso musst du das riskieren ich könnte nicht auszeichnen dass das zu spät äh okay nochmal jetzt ich kann aber am Anfang nicht so viel verlieren okay 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 komm einmal versuchen dann machen wir den nächsten Part weiter mit dem Kampf das ist ein 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 Ich komme gut voran So 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 Egal ich gebe nicht auf Ich gehe nicht auf Und Ja okay okay muss ich was so einfach Okay 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 sagt gewinnt okay hey das wirklich der letzte versorgen müssen die part bänden Ja Ja lacht seit vielen diesen spiel Diese Wunderkerzen ringen mich voll auf die machen auch so viel schaden Diese Bomben hätten mir eigentlich keine schaden machen können weil Oder Weiß ich nicht Mann ey Wieder das binderte Problem Nein 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 ein letzter Versuch Komm wir machen Komm wir machen Wir machen diese Wir treten uns bei diesen boss Nein Doch doch warte mal lichtern F3 Ja F3 Tschüss Wahrscheinlich nicht bei euch Wir Além nichts mag Throughout Ich glaube Bis zum Beispiel Das war ihm nichts mag